Heute zeige ich dir das Cage System. Nach dem kurzen Intro geht es los. Ja, hallo, ich bin's wieder, der Michel und ich freue mich ganz toll, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es mal um dieses Cage System. Vielleicht hast du schon mal davon gehört, eigentlich ganz einfach erklärt. Es bezieht sich auf die Akkorde C-Dur, A-Dur, G-Dur, E-Dur und D-Dur. Und es geht darum, diese fünf Formen, diese fünf Griffformen, überall auf dem Griffbrett spielen zu können. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit dem Ton C. So, ich habe einen C-Dur-Akkord. Wenn ich diesen Griff jetzt einfach mal um einen Bund verschiebe, klingt das Ganze ziemlich schief. Ja, damit kann ich relativ wenig anfangen. Liegt einfach da dran, die Griffe, also meine Finger untereinander, die passen ja noch. Aber, das merke ich auch, wenn ich die Töne nur diese Töne spiele, die ich greife, klingt das Ganze harmonisch. Aber, wenn ich alle Seiten nahe, schlag, links, schiefe. Weil ich ja bei meinem C-Dur-Akkord Leerseiten habe. Und diese Leerseiten muss ich irgendwie genauso mit ausgleichen. Das heißt also, genauso um einen Bund mit verschieben. Ich könnte das Ganze einfach so machen, indem ich einfach meine Finger austausche. Das heißt, wo mein dritter Finger war, liegt jetzt mein vierter Finger. Wo mein zweiter Finger beim C-Dur war, also auf der D-Seite im zweiten Bund auf dem Ton E, liegt jetzt mein Ringfinger. Und meinen Mittelfinger, den lege ich hier unten in den ersten Bund auf die B-Seite. Jetzt habe ich meinen Zeigefinger frei, habe immer noch meinen C-Dur-Akkord. Wenn ich jetzt das Ganze um einen Bund verschiebe, gehe ich einfach mit meinem Zeigefinger auf die Seiten, die davor Leerseiten waren. Die sind nämlich dann im ersten Bund. Dann sind die auch um einen Bund verschoben. Und voilà, auf einmal habe ich einen C-Dur-Akkord. Diese Form würde ich mir merken anhand des, ähm, vom Ton auf der A-Seite, da wo jetzt mein kleiner Finger liegt. Heißt also, schiebe ich das Ganze zum Beispiel jetzt mit meinem kleinen Finger auf den achten Bund. Das heißt also, ich bin hier im fünften Bund, sechster, siebter und der kleine Finger im achten Bund. Auf der A-Seite habe ich einen F-Dur-Akkord. Nehme ich das ganze Ding und schiebe den kleinen Finger hier auf den fünften Bund, habe ich einen D-Dur-Akkord. Schauen wir uns das Ganze jetzt mit dem zweiten Akkord an. Wir bleiben übrigens heute nur bei den Du-Akkorden. Also, wir nehmen also jetzt unseren A-Dur-Akkord. Verschieben wir das Ganze. Klingt ein bisschen nach spanischer Gitarre, aber ist jetzt nicht unbedingt unser Ziel. Dementsprechend machen wir es auch wieder so. Wir tauschen einfach unsere Finger aus. Das heißt, ich habe jetzt wieder meinen Zeigefinger frei. Und wenn ich das Ganze verschiebe, ist mein Zeigefinger auf den Seiten, die davor Leerseiten waren. Das war einfach hier auf der A-Seite und unten auf der hohen E-Seite. Und somit habe ich einen B-Flat oder ein deutsches B. Nehme ich diesen Griff, schiebe den dritten Bund, habe ich jetzt einen C. Mein Grundton ist auf der A-Seite. D und so weiter. So, unser dritter Akkord ist der G-Dur-Akkord. Wenn ich den jetzt wieder nehme, verschiebe, klingt es wieder richtig schön schief. Aber wir wissen mittlerweile Bescheid. Unser Zeigefinger kann einfach wieder in den ersten Bund. Und bei dieser Griffform von G geht das sowieso wunderbar. Kann ich mit meinem Zeigefinger einfach über den ersten Bund von G-Seite, D-Seite und B-Seite oder deutsche H-Seite. Jetzt spiele ich A-Dur oder Kis. Nehme ich das Ganze, da ist es ein bisschen bequemer. Zum Beispiel mit meinem Ringfinger in den achten Bund. Dann habe ich hier oben ein C und danach orientiere ich mich auch bei dieser Griffform. Spiele ich einen C-Dur-Akkord. Was fehlt uns jetzt noch? Unser E-Dur-Akkord. Aber den kennen wir wahrscheinlich sowieso. Weil wenn wir den um einen Bund einfach verschieben, das ist mal wieder bei der spanischen Gitarre, wenn wir aber alles, was mit Leerseiten war, ausgleichen, die Finger austauschen, dann spielen wir einen F-Dur-Akkord. Im dritten Bund dann einen G-Dur-Akkord. Hier ist unser Grundton auf der tiefen E-Seite. Und die letzte Form, die ich jetzt noch habe, ist der D-Dur-Akkord. Und da ist eigentlich das Problem nur mit dem Ton auf der leeren D-Seite. Dausche ich auch hier meine Finger aus. Nehme den Griff. Schiebe den zum Beispiel mal einen Bund weiter. Das heißt, dass ich müsste dann auf der D-Seite im ersten Bund greifen. Somit habe ich einen S-Dur-Akkord. Schiebe ich das Ganze weiter. Zum Beispiel mit dem Zeigefinger im dritten Bund. Hier ist der Ton F. Dann habe ich einen F-Dur-Akkord. Das Schöne bei diesen Griffformen ist, es geht für Dur genauso wie für Moll, ist, ich habe eigentlich immer den Grundton des Akkords. Also das heißt, ich kann überall meinen Akkord spielen. Also ich kann nicht nur C-Dur hier spielen. Ich kann auch so spielen. Ich kann auch diese Form spielen. Ich kann auch diese Form spielen. Oder ich kann auch diese Form spielen. Und das funktioniert jetzt überall. Das war jetzt das Cage-System auf der Gitarre. Du findest alle Griffbilder und alles mögliche, was du dafür brauchst. Und das kannst du nochmal nachlesen zu können auf meiner Webseite. Der Link liegt einmal hier in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video in der nächsten kleinen Lesson. Und bis dahin sage ich Ciao, der Michel. Und bis dahin sage ich Ciao, der Michel.